Hi, ich bin der Kai von Sohnwald Outdoor. Herzlich willkommen auf meinem ersten und eigenen YouTube-Kanal. Seit vielen Jahren interessiere ich mich für alles, was mit Outdoor und Natur zu tun hat und träume schon sehr lange von einem eigenen Kanal. Gefühlt habe ich mir in den letzten Jahren alle deutschsprachigen Outdoor- und Bushcraft-Videos angeschaut. Ich habe mitgefiebert beim Bushcraft-Campbau, bei Kajaktouren, bei Wandertouren und jetzt habe ich es endlich geschafft, meinen eigenen Kanal zu erstellen und mein erstes Video zu präsentieren. Ich feiere das total und freue mich jetzt schon drauf, euch bei meinen Outdoor- und Bushcraft-Aktivitäten zu Lande und zu Wasser mitzunehmen. Ihr fragt euch vielleicht, was das für ein Ort ist, wo ich dieses Video gerade hier aufnehme. Dieser Ort ist quasi die Initialzündung für meinen YouTube-Account. Ich suche schon seit 2016 ein geeignetes Waldgrundstück für Bushcraft und Outdoor-Cooking-Abenteuer und diese Suche hat jetzt endlich ein Ende. Ich habe nämlich dieses Waldgrundstück hier gekauft vor ein paar Tagen, sogar mit Bach an der Westgrenze. Hier werden sich in Zukunft ganz viele Outdoor-Projekte abspielen und dafür, dazu möchte ich euch gerne mit meinen Videos mitnehmen. Das Vorstellungsvideo vom Grundstück folgt in ein paar Tagen. Ihr dürft gespannt sein. So nun genug erzählt. Falls ihr Ideen für Projekte oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ich werde sie alle lesen und beantworten und ich würde mich sehr über ein Kanal-Abo freuen. So bekommt ihr auch mit, wenn ich neue Videos hochlade. Macht's gut und einen schönen Tag.